Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Heute mal eine Laberfolge und nicht aus der Laberecke, sondern hier aus der Werkstattecke, zu ein paar Gedanken, wo oftmals in vielen Kommentaren ich schon viel gelesen habe, aber auch wo ich persönlich mir Gedanken darum mache, um das Thema, wie lange hält mein E-Bike, bis ich mir ein neues holen muss, also in Jahren, oder mir ein neues holen möchte. Hat ja auch solche Gründe. Könnt ihr nachher schon mal in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr, wie ihr das Thema handhabt, wann ihr euch ein neues Fahrrad holt und wie lange bei euch ein Fahrrad auch im Umlauf ist oder ob ihr euch auch vielleicht mal ein gebrauchtes Fahrrad holt, das schon einer ein voriges Leben schon mal woanders hatte. Also viele Möglichkeiten, kann man darauf einfach mal eingehen. Ich kann nur sagen, was gerade neben mir steht. Das Convex Cyron S 3020 ist so mittlerweile im vierten Jahr bei mir. Mittlerweile fahre ich es nicht mehr großartig aktiv, aber ich habe halt ein neues. Deswegen ist es einfach da. Ich kann aber auch mit ihm einschätzen nach so circa 20.000 gefahrenen Kilometern genau, wann irgendwann welche Grenzen an welchen Bauteilen erreicht sind und man sagen kann, es macht dann halt auch wirtschaftlich keinen Sinn mehr, da noch viel mehr zu investieren. Aber teuer Begleiter hat Bock gemacht, macht Bock mit ihm zu fahren. Auch wichtig, immer wieder in den Kommentaren steht drin, so ein Fahrrad hält dann zehn Jahre oder fünf Jahre oder hunderttausend Kilometer. So einfach ist diese Frage halt nicht zu beantworten und ein paar Gedanken einfach mehr dazu, auf die wir hier jetzt denke ich ein klein bisschen auch eingehen können. Wir teilen das Video auch ein klein bisschen auf in so Gedanken Thema Wartungsteile. Die machen eigentlich immer Sinn, dementsprechend auch zu pflegen, aber auch in Teilen, die im Service eher ein großes Thema spielen und irgendwann macht es keinen Sinn mehr. Wann der Punkt erreicht ist, können wir einfach mal schauen und auch ein bisschen meine eigene Erfahrung darüber reinfließen lassen. So ein E-Bike hat ja relativ viele Komponenten, die alle früher oder später mal einen kleinen Ärger machen können. Und klar, das kostet Geld für einen E-Bike. Wir reden da halt bei einem E-Bike über zwischen sagen wir mal drei und nach oben offen, 10.000 Euro, gar kein Thema. Aber in einem Bio-Bike reden wir halt im Mountainbike-Fulli halt auch schon oftmals über 15.000 Euro, je nachdem, was ich da halt für eine Ausstattung haben will. Das ist halt einfach so. Deswegen mag so eine Entscheidung halt auch gut überlegt sein, wie ich mit so einem Drahtesel umgehe, auch mit der Pflege, um das Lebensintervall nach hinten einfach rauszuziehen. Was haben wir mit einem Komponenten wie Motor? Der ist ein Thema, ein Akku ist ein Thema, gerade beim E-Bike. Rahmenschäden, Thema Alu oder Carbon ist ein Thema, auch wo ich darauf ein bisschen eingehen möchte. Und auch das Thema Fahrstil. Wie artgerecht wurde so ein Fahrrad bewegt? Natürlich, klar, für denjenigen, der am Sonntagnachmittag eine kleine Tour fährt und einfach mal zum nächsten Eisdiele, was ja mega cool ist, gar keine Frage fährt, auf dem Asphalt hier den Radweg, hat eine andere Verschleißmöglichkeit am Fahrrad als einer, der sagt, okay, ich gehe mit dem Fahrrad jede Woche im Sommer in den Bikepark und habe nur vielleicht 1.000 Kilometer drauf. Aber die Schläge, die Dämpfer und Gabel abkönnen mussten, die war schon nicht ohne. Also deswegen ist das Thema, wie lange so ein Fahrrad oder ein E-Bike hält, ich denke auch davon relativ wichtig. Und ich glaube auch, wenn man sich in das Thema Verschleißteile und Verschleißteilreparaturen ein klein bisschen mit Liebe hineinbegibt, zum Thema auch einmal anfängt, zum Gedankenpflege rein und putzen, um mal einfach den Dreck rauszubekommen, dass kein Dreck in den Lagern irgendwann sich fest setzt. Das macht schon mal relativ viel aus und relativ lang auch an der Lebenserwartung an so einem Fahrrad, muss man auch ganz klar sagen. Halte ich so, die, die mir auf dem Kanal schon länger folgen, wissen es, ich putze meine Fahrräder so alle zwei bis drei Wochen. Ich bin jetzt auch nicht da nach jeder Tour das Fahrrad putzt, da ich es im Alltag viel fahre und für mich auch das Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz wichtig ist. Weg vom Auto hin zum E-Bike, auch das Kanal-Motto. Dementsprechend hat sich auch da das Thema Putzen und Pflegen als sinnvolle Wartungsmaßnahme bewahrheitet. Aber trotz allem kommt dann auch nochmal irgendwann eine Kette, irgendwann kommen ein paar Bremsbeläge und irgendwann kommt auch mal Kassette und Antriebssystem. Das sind die Klassiker, die einfach verschleißen. Und die verschleißen bei allen unterschiedlich schnell. Klar, wie gesagt, der, der zur Eisdiele fährt, einmal in der Woche zwei Kilometer, der wird wahrscheinlich mit seiner Kassette und seinem Antriebssystem wahrscheinlich fünf Jahre glücklich werden, weil die Belastungen gar nicht so groß werden. Auch Thema Bremsbeläge. Aber halt derjenige, der sagt, okay, ich fahre wirklich wiederum aktiv im Bikepark oder fahre wirklich aktiv Touren. Und ich muss auch mal in die Eisensteigen die Bremse nutzen, wenn ich mal in Downhill fahre. Das kann auch schon ein böser Waldweg sein. Dann brauche ich einfach deutlich mehr Bremsbelags-Performance als die andere Fahrergruppe. Das macht einfach verdammt viel aus. Und es ist auch immer cool, in vielen Kommentaren zu lesen, meine Bremsbeläge halten 20.000 Kilometer. Ja, das kann sein, wenn man halt einfach damit auch auf anderen Strecken unterwegs ist, als hier im Schwarzwald oftmals der Fall ist, wo man halt wirklich auch mal böse Strecken hat, die halt auch ein bisschen mehr Performance von den Komponenten abverlangen. Und wie gesagt, haut die Kommentare unten voll mit euren Gedanken. Wie lange hält euer Bike? Thema Verschleißteile. Und auch, wie oft holt ihr euch ein neues, aber auch bitte zuschreiben, wie ihr fahrt, wo ihr fahrt, wo ihr wohnt. Dass wir auch ein bisschen den Kommentar einschätzen können, dass man auch weiß, wie schnell Verschleiß geht oder auch vielleicht weniger geht. Verschleiß ist irgendwie klar. Denke ich mal, das kann man einfach pflegen. Da kommst du an den Punkt, wie lang soll eins ein E-Bike halten? Eine große Debatte in vielen Kommentaren ist dann auch immer wieder das Thema, tja, ich habe ja Garantie drauf und muss ja Garantie haben. Oder ich poche auf mein Garantierecht oder Gewährleistungsrecht. Mal jetzt völlig egal, wie man es nennen mögen. Da müssen wir aber auch noch ein paar Randparameter ganz klein bisschen beachten. Nehme ich die Gedanken dazu zum Thema Wartungsintervalle von gewissen Teilen, nämlich Dämpfer und Gabeln. Gerade im Bereich von einem Fully. Wahrscheinlich werden die meisten diese Wartung nicht machen, um einen vernünftigen Garantieerhalt zu haben. Dämpfer und Gabel müssen nach x Betriebsstunden nämlich zum Service, zum Hersteller. Und x ist nicht wirklich viel. Da reden wir irgendwas, je nach Marke und Hersteller sagen wir im Schnitt 200 Betriebsstunden. Das ist für einen, wie jetzt mich, der auch viel im Alltag fährt und auch als Verkehrsmittel so ein Fahrrad nutzt. Vor allem SUV-Bike hat ja auch Dämpfer und Gabel, aber halt auch ein Mountainbike klassisch. Dann hat man halt auch mal gespürt locker diese 200 Stunden drauf innerhalb von ein, zwei, drei Monaten. Dann die ehrliche Frage an euch. Schickt ihr euren Dämpfer und Gabel nach drei Monaten schon ein, um eure Garantie zu erhalten? Ich mache es nicht. Hat auch den Grund dahin, dass ich irgendwann die Wirtschaftlichkeit sehe, weil ein Dämpfer und eine Gabel, wenn ich einen wirklich guten kaufe, kostet ein Dämpfer 1000 Euro. Ja. Wenn ich ihn aber zur Wartung einschicken muss, dreimal im Jahr, sind es auch 1000 Euro, nicht festnageln, aber einfach mal so einen Zahlenrahmen zu schmeißen, dann bin ich nach einem Jahr, kann ich mir einen neuen Dämpfer kaufen für das gleiche Geld und habe vor allem einen Neuteil. Sehe ich schönweise so. Vor allem aber für die, die in den Bikepark gehen und Performance brauchen, da würde ich definitiv sagen, klar, ihr müsst diesen Dämpfer und den Gabelservice machen, damit ihr eure Performance behaltet, auch Unfälle vermeidet, vor allem bei Sprüngen, dass man einfach sichere Bikes hat. Da ist eine ganz andere Gruppe dahinter, wo dann auch wieder dieses Thema der Performance und diesem Thema Service wichtig ist. Thema Garantieerhalt, wo ich gerade schon im Kopf war, Thema Garantieerhalt ist dahin angestellt für mich. Das kann man tun, das kann man sich überlegen, ob es für einen Thema ist oder vielleicht auch weniger. Aber beachtet bitte, dass auch gewisse Teile das benötigen. Wir leben ja immer gerne in einer Vollkasko-Gesellschaft und alle denken, es ist immer alles inklusiv. Da muss ich aber auch was dafür tun, damit es einfach so bleibt. Und wie man auch sieht bei den Leasing-Gesellschaften, die die Bikes verleasen, die packen dann immer so circa zwischen 70 und 100 Euro pro Jahr an Wartungsteilen in den Fahrrad rein. Durchschnittswert, wie gesagt, für den Hardcore-Fahrer reicht es nicht. Für den Gelegenheits- zur Eisdiele-Fahrer, für den reicht es locker. Das ist ganz, ganz wichtig. Da muss halt der Hardcore-Fahrer dort auch im Leasing-Geschäft ein klein bisschen drauflegen. Das ist einfach so. Und dann Thema Nummer drei oder Gedanke Nummer drei zum Thema, wann ist irgendwann ein Fahrrad durch? Wann macht es irgendwann keinen Sinn mehr? Naja gut, man muss immer sehen, so ein Fahrrad kostet dann auch Geld, gar keine Frage. Hat man sich ein Fahrrad geholt, das Convex S327 lag damals bei, ich kann es nicht genau sagen, glaube 3,5. Da war es noch relativ günstig. Da war noch vor Corona die Bikepreise ein bisschen tiefer. Und dann muss man einfach unterscheiden. Wenn irgendwann dann mal der Punkt kommt, dass ich mal den Motor an den Grenzen fahre, dass ich irgendwann mal sage, ich brauche da einen neuen Akku und oder Dämpfer und Gabel fliegen mir um die Ohren, dann überlege ich mir schon mal, ob das noch nach dem dritten, vierten Gabeltausch für mich Sinn macht. Wie beim Auto auch. Da überlegt es auch jeder vernünftig. Und da steht die Debatte gar nicht zu führen im Bereich von einem E-Bike, was ja auch ein Verkehrsmittel darstellt. Und da wird es echt langsam schwierig, weil viele denken, es ist noch ein normales Fahrrad. Aber muss man auch so handhaben wie ein Auto, um es unwirtschaftlich das Ganze zu tun. Ich habe in dieses Fahrrad relativ viel noch investiert anschließend. Habt ihr auf dem Kanal auch folgen können. Dieses Thema Frischzellenkur, neue Bremsbeläge, neue Bremsscheiben, neuen Satzreifen und und und. Das Fahrrad ist im Moment top zum Fahren. Alles möglich, funktioniert. Hat ein paar kleine Schwächen. Auf die gehen wir ein. Und deswegen fahre ich es auch aktuell nicht mehr so aktiv, weil ich sehe diese Kosten aktuell bei diesem Fahrrad nicht mehr. Aber jetzt auch Thema macht keinen Sinn mehr. Und wie lange hält eigentlich so mal so die Grundkomponenten? Feder und Gabel, Gabel und Federung schließen wir mal aus. Anderes Thema. Aber Motor beim E-Bike und Akku. Der Akku ist eigentlich gemacht für so circa, man liest immer so Zahlen von den großen Playern, so von 800 bis 1000 Ladezyklen. Nehmen wir mal die 800 Ladezyklen. Wahrscheinlich wird es keiner der meisten E-Bike-Fahrer jemals in diesem Bike-Generation erleben, bis er sich ein neues Fahrrad holt. Weil dann sprechen wir halt von 40.000 Kilometern. Und das Ganze auf zehn Jahre verteilt, sprechen wir dann von runden 4.000 Kilometer im Jahr. Das ist ein Wort, muss man auch hinbekommen. Wenn man es als Alltagsverkehrsmittel nutzt, gar keine Frage. Locker machbar. Ich fahre so meine 10.000 im Jahr. Aber da muss man einfach sich auch dann sagen, wenn ich so viel fahre, ist es halt wie ein Auto auch. Es verschleißt halt einfach. Aber ernsthaft. Auf ihm hier habe ich jetzt drauf circa 20.000 Kilometer mit dem ersten Akku. Der Akku hat noch so eine gewisse Leistung von 95 Prozent. Also noch alles ganz chillig. Und ich könnte diesen Akku problemlos weiterfahren. Der Motor und das Antriebskonzept funktioniert einfach komplett. Aber halt, sagen wir mal, diese 40.000 Kilometer oder 8.000 oder 800 Ladezyklen, so als Hausnummer, kann man sich schon mal merken. Aber wahrscheinlich für jeden kein Thema. Wenn man es auf zehn Jahre hochrechnet, dann passt es eigentlich schon mal dahin. Auch wiederum Thema Fahrstil. Wo fahre ich? Wann fahre ich? Wie fahre ich? Darüber kann man einfach dann auch reden, wann so ein Fahrrad durch ist. Beim Auto genau das Gleiche. Habe ich einen Formel-1-Wagen. Der ist bei einer ersten Tour oder ersten Rennen schon durch. Fahre ich ein ganz normales Straßenfahrzeug, macht es zig Hunderttausende Kilometer. Das ist so ähnlich auch zu sehen. Das kann ich jetzt auch nur an meinem ersten SUV-Bike sagen, wo ich das Xyron SUV 6.9er gefahren habe. Sie mittlerweile jetzt acht Monate mit 4.000 Kilometern. Da ist es einfach ein cooles Fahrrad. Auf dem Schleißfaktor wesentlich geringer als ein reinrassiges Mountainbike, weil man einfach auch anders da damit fährt und anders da damit einfach schlichtweg umgeht. Das ist einfach so. Tja, zu meinem Fazit und vor allem zu dem Conway, wo neben mir steht. Ich liebe dieses Fahrrad. Ich finde es cool. Ich könnte es immer noch fahren, wenn ich zwei Teile warten würde. Das muss man ehrlich sein. Das ist einmal die Federung, der Dämpfer und einmal die Gabel. Das ist klar. Die habe ich nie wirklich im Service gehabt und werde auch da keinen Service mehr machen. Ich habe auch selber keinen gemacht. Einmal waren es diese Kosten, die im Rücken liegen, die wir machen. Die man hat dann einfach. Auch wenn ich es selber mache, bin ich bei Kleinteilen, Dichtungen, Zubehör, Öl. Das sind 100 Euro oftmals nichts. Gut, kann man machen. Wie auch bei Dropperposts. Da muss ich es auch machen. Die muss ich auch vernünftig warten. Gar keine Frage. Dämpfer und Gabel bräuchte ich beides hier in diesem Fahrrad jetzt neu. Aber wir reden jetzt hier von 20.000 Kilometern. Und wirklich ein Mischbetrieb. Schwarzwald war mal unterwegs im Wald, war mal auf Straße unterwegs und, und, und. Hat also auch eine gute Mischung erfahren von allen Strecken und vor allem auch von vielen Höhenmetern rauf und runter. Hat auch dahingehend Bock gemacht und hat einiges erlebt, muss man einfach sagen. Und da muss ich für mich sagen, 20.000 Kilometer, da darf das Fahrrad langsam auch mal ins Rentenalter übergehen, wo man dann sagen muss, jetzt nochmal investieren in 2.000 Euro Dämpfer-System für ein Fahrrad, für damals dreieinhalb ungefähr. Da muss ich sagen, dann wird es für mich schon für 1.500 Euro Differenzpreis irgendwann schwierig, das zu argumentieren für mich selber. Dann hole ich mir halt auch mal was Neues, wo ich dann weiß, wenn das komplett safe und alles wieder fit und alles tut wieder. Klar, ich werde es nicht verkaufen. Ich werde es auch nicht hergeben. Das ist einfach ein cooles Fahrrad, was auf dem Kanal hier auch den Start gemacht hat. Für mich emotional ein bisschen ein Thema. Aber alles gut. Das macht irgendwie Sinn. So kam ja auch Conway auf mich zu letztes Jahr, wo wir Bock haben, zusammenzuarbeiten. Und Conway, auch der Fahrradpartner letztes Jahr, also dieses Jahr wurde, was ich echt mega, mega cool finde. Also wie gesagt, meine Erfahrung würde ich mal sagen, 20.000 Kilometer würde ich als safe abhaken. Das geht problemlos. Dann reden wir halt, wie oft ihr fahrt. Dann kann ich reden über vier Jahre. Ich kann über sieben Jahre reden. Nur technisch schreie ich das ganze Thema halt auch fort. Und ich kann so einem Fahrrad ja auch, wenn ich es verkaufen wollte, noch mal locker ein zweites Leben schenken. Viele meiner Radbuddies würden sagen, komm, ich kaufe mir einen Dämpfer und eine Gabel, auch vielleicht eine günstigere im Bereich von vielleicht nur 500 Euro. Dann habe ich ein mega cooles Fahrrad. Also das Thema Nachhaltigkeit haben die Räder ja auch locker noch mal ein zweites Leben vor sich, wo dann auch so Räder gut verkaufbar sind. Und wie oft sehe ich heute noch auf dem Gebrauchtmarkt Räder aus Bosch Generation 2 bis 4, klassische Systeme, die heute noch verkauft werden. Und ein Biobike, klar, geht immer. Man darf aber nicht vergleichen. Ich habe nämlich neulich morgen, wo ich hergefahren bin, hier ins Büro, so gesehen, dass ein älterer Herr auf seinem Drahtesel zum Einkaufen fuhr. Fand ich schon mal mega. Helm hatte er keiner auf, aber das hat die Generation im Regelfall eh nie. Aber das Thema müssen wir hier auf dem Kanal auch nochmal thematisieren. Aber anderes Thema jetzt. Dann dachte ich, okay, auf dem Drahtesel, wo du jetzt gerade fährst, nach Stuttgart irgendwann mal kauft, zur Konfirmation, hast du ja seither irgendwie in den letzten Jahren deine Strecken im Ort gemacht. Am Tag waren das keine zwei, drei Kilometer. Hat durchgehalten. Ja, wir reden aber von einem Biobike. Das muss man auch ganz klar sehen. Und auch die Nutzung ist es nicht jeden Tag gewesen, sondern gelegentlich mal, wie es war. Das sieht man am Fahrrad ja auch an, wie es generell aussieht. Und deswegen darf man nicht vergleichen, das Biobike von früher mit einem heutigen E-Bike, was ein Verkehrsmittel darstellt. Das ist einfach eine andere Welt. Ach denn, logisch hatte man früher keinen Dämpfer und keine Gabel, die irgendwann verschleißen. Sondern ich hatte halt mal neue Reifen bekommen. Und gut, bei dem älteren Herrn auf dem Fahrrad waren die Reifen so durch. Die waren fast so alt wie das Fahrrad. Und damit hätte ich auch nicht mehr sicher fahren möchten, so porös, wie die schon waren. Aber anderes Thema. Aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen aus diesem Gedanken rauskommen, was jetzt mal ein Thema sein soll. Dass ein Biobike vor 30 Jahren länger gehalten hat, das mag sein. Man ist auch oftmals weniger gefahren. Und zwar auch ab und zu dann nur mal ein gelegentliches Verkehrsmittel und mittlerweile ja drin sind. Im Verkehrswandel, wo ja auch mittlerweile die Städte ein bisschen echt sind unter diesem Thema, wie bringe ich den Verkehr in meine Stadt hinein. Ist auch ein dickes Thema. Die, die mir auf dem Kanal schon eine Weile folgen, die wissen, dass ich im Thema auch schon dran bin und da auch schon einige Sachen dazu gemacht habe. Halt mal unten in die Kommentare rein. Sag mir, einfach mal so ein Gedankenüberflug zum Thema, wie lang muss einfach so ein E-Bike halten? Und nicht pauschal, sondern wirklich je nachdem, wie Nutzungsfaktor von jedem Einzelnen ist. Halt eure Kommentare unten mal rein. Was fahrt ihr für ein Fahrrad? Wie lang fahrt ihr es schon? Warum fahrt ihr es so lange? Und vor allem auch, wo und wie fahrt ihr? Dass wir alle auch wissen, klar, ein Downhiller, der jedes Wochenende im Bikepark ist, hat ein anderes Leben als das Straßenfahrrad von einem älteren Herrn, der seit mindestens 40 Jahren schon gegen viert und alles ist ganz chillig. Also, spannendes Thema. Finde ich wirklich cool. Soweit diese aktuelle Folge. Lasst noch ein Abo da, lasst noch ein Like da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao. cuCHAU